Servus! Semuk Champagne. Das ist das, wo wir uns hier gerade befinden. Ganz schön warm war es gerade, weil wir sind den Berg rauf gelaufen, Berg wieder runter gelaufen, Mirador Bilder gemacht und das ist dann schon ganz schön anstrengend, weil heiß. Und so schön warm, es scheint zwar nicht die Sonne, aber so 26, 27 Grad ist es schon. Und ihr seht es mir an, ich bin jetzt zarte 29 und da ist es ja gar nicht mehr ganz so einfach den Berg rauf und runter zu laufen. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut, morgen geht es weiter, wenn alles noch plan läuft Richtung Antigua hier in Guatemala und dann werden wir uns das Städtchen mal da anschauen. Bis dann!